Die sind eher aus wie Yodas Nachbarn, die in der Sonne zu lange in der Sonne gelegen haben und deswegen vertrocknet sind. Willkommen in meinem bescheidenen Sandcrawler, Luke. Ich bin übrigens dein Vater. Oh, das ist aber wirklich... Nun, das hört sich an wie eine Dampflok, die am Starten ist und nicht vorwärtskommt. Oh, das ist Dummheit. Wenn man weder... Ich hab ihn getroffen, ihr habt es gesehen. Er ist explodiert, die Sau. Unglaublich. Hä? Wie bin ich denn vorne rübergekommen, bin ich da. Und das schneide ich jetzt mal. Oh, das ist echt... Oh, mehr Goodies als nur eins nehmen auf einmal. Oh, verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, ey. Ey, verdammte Scheiße, warum macht ihr denn so'n Krach, Mensch? Das ist auch wirklich sehr schwammisch wieder. Ich find's übrigens lustig, dass Luke explodiert. Okay. Ah. Furchtbar. Hab ich übrigens auch vom Fallschaden erzählt? Nein, hier habt ihr ihn grad gesehen. Es ist wirklich furchtbar. Oh. Oh. Das ist wirklich furchtbar. Das ist alles Shit, ey. Aber dann bin ich ja tot, bestimmt, oder? Ja. Sagt er auch ein Stab. Nein. Wie soll man denn da hochkommen, verdammte Kacke? Äh, Mensch, was soll das denn hier? Ah. Äh, äh, äh. Jetzt kann man die Sprungkraft dosieren. Es ist ja wirklich sehr schwer zu erkennen, was hier springbar ist. Haha, lustig. Nein. Da ist Obi-Wan. Ihr seht ihn. Es ist wirklich furchtbar. Nein. Du verfickte Kackfliegenbiene oder was immer du auch sein sollst. Ah. Lustig. Haha, sehr lustig. Ich geh jetzt kacken.